Merhaba, hier aus der Türkei. Wir sind Robin und Julia. Zusammen mit unserem Camper Vanessa haben wir nach 16 Ländern Europa verlassen. Und nun sind wir in Asien gelandet. Wir freuen uns auf neue Eindrücke und spannende Erlebnisse. Begleiten uns doch auf unserer weiteren Reise durch ferne Länder. Guten Morgen und herzlich willkommen zu seinem neuen Video. Diese Woche wollen wir zum Nationalpark Saklikent, heißt er glaube ich, hier in der Türkei. Momentan stehen wir noch auf einer Halbinsel vor der Stadt Fitir. Da müssen wir unsere Wäsche noch abholen, die haben wir gestern da abgegeben, weil es wird auch mal wieder echt Zeit. Und wir haben noch auf Google Maps gesehen, dass da heute ein Bazar stattfindet und da wollen wir auch nochmal rüber gehen. Unser erster Basar dann in der Türkei mal sehen, wie das wird. Ich lasse den hier jetzt noch die Drohne hochsteigen, weil der Stellplatz echt Hammer ist. Und während wir uns auf den Weg machen, seht ihr schönes Rundschatz. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. 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 Hallo. Guten Morgen. Genau, also jetzt hat schon der neue Tag gestartet. Wir sind jetzt schon unterwegs Richtung Canyon. Genau, gestern ist nichts mehr passiert. Wir haben uns noch abgekühlt und so, aber wir haben ein bisschen Stellplatz genossen. Mal sehen, wie es jetzt wird. Wir haben schon die ersten Busse gefahren sehen. Das ist auch schon verhältnismäßig relativ schwer. Wir haben noch ziemlich lange gechillt und langsam gefrühstückt. Und naja. Ah, da kommen wir mal raus. Wir sind jetzt mit dem Fluss gefolgt und sind irgendwo angekommen, wo man eigentlich nicht sein sollte, glaube ich. Ich glaube, wir sind jetzt auf dem Campingplatz oder irgendwas geschlotter, kleine Chalets und so. Irgendwie hier angekommen. Okay, halt schon. Ja, wir sind immer Profis. Aber wir haben zumindest hier ein offenes Tor gefunden. Ja, ich denke, wir sind angekommen. Einmal wurde es richtig touristisch. Tausende von Leuten hier. Na ja. Das kann man sich ja vorstellen, wie der Kenyan aussieht. Hier hört gar nicht auf. Ich glaube, wir wollen nicht rein. Es ist viel zu voll und das ist dann ja auch irgendwie nicht mehr schön. Wir hätten mal eher kommen sollen. Aber na ja, wir hatten jetzt halt erst ein Kenyan. Deswegen sind wir jetzt auch nicht so super traurig. Ja, wir sind jetzt hier auf der Autodrücke. Die einmal rüberflügt über den Fluss. Das kann man hier schon ganz gut sehen. Oh, das ist halt so voll. Ja. Aber man muss halt die ganze anstehen. Also ich glaube, wenn jetzt unsere Ärzte kamen gewesen, wir hätten das gemacht. Aber dadurch, dass wir halt wirklich schon etliche gemacht haben und auch etliche Kenyan schon. Es ist das halt einfach nicht wert. Es passt nicht so viel Eintritt. Es kostet glaube ich 13 Jahre, was unter den Euro ist. Und damit halt so nichts. Aber ja, keine Ahnung. Ein Tourismusmaß ist halt einfach nicht unsers. Also wirklich nicht. Von daher. Ich jag einmal die Drohne rein. Wahrscheinlich. Wirklich. 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 Gästehp. B. Im WOD. Upsi, jetzt sind wir wohl doch drin. Ja, wir haben nochmal überlegt und dann haben wir gedacht, naja, wir nehmen es jetzt doch mit. Für einen Euro. Ja, für einen Euro. Und wir sind halt schon mal hier. Ja, dann kann man es auch machen. Und dann auf den Drohnenaufnahmen sah es halt auch ganz nett aus. Und wir haben ja auch Zeit. Und wir sind extra hierher gefahren. Ja, natürlich nehmen wir es jetzt mit. Ja. Aber die Touristenmassen sind natürlich da. Ja, wir sind halt auch Tristen. Richtig. Wir sind Einlassung. Die jetzt auch das angucken wollen. Ja. Naja. Aber ich denke ganz schön, es wird nicht alle bis zu vier Kilometer laufen. Wir werden sehen. Vielleicht finden wir noch Einsamkeit. Wer weiß. Das ist so krass. Mal wieder. Wir laufen irgendwie. Keine Ahnung. Höchsten Seitenkilometer. Ja, und es ist so weniger. Also. Ey, ja. Keine Menschen da. Also ja, ja. Wir haben immer noch vereinzelt ein paar Leute. Nicht im Vergleich zum Anfang. Nee, gar nichts. Wir sind jetzt bis ans Ende gelaufen. Es war jetzt nicht ganz so weit. Allerdings. Kann man schon sagen, es sieht richtig richtig cool aus. Kleine verwinkelte Gänge. Und die schlucht sich echt nice aus. Hinten waren allerdings geizt. Du musst schon klettern. Das war schon schwieriger. Aber. Also wir hätten es wahrscheinlich auch so hinbekommen. Nach unseren ganzen Erfahrungen. Wir waren ja schon in einem oder anderen Kenyan auch alleine ohne niemanden. Ja. Und die wollten halt unbedingt Geld und uns begleiten. Und dann waren die so, nee, da haben wir keinen Bock drauf. Da waren da auch echt noch viele Leute, die da durchgeschliffen wurden und runtergezogen. Und. Sogar mit Hund und dies und das. Und wir waren so, ach nee, komm, wir gehen zurück. Aber trotz dessen war der Kenyan echt. Besser als erwartet. Besser als erwartet auf jeden Fall. Ja, wir haben uns hier mal einen ruhigen Spot gesucht an der Seite. Bisschen hochgeklettert und werden jetzt mal Mittag essen. Wir haben uns Wraps eingepackt. Sollten echt geil sein. Ja, ich freue mich so richtig drauf. Ja, jetzt sind wir mal wieder draußen. Auf der Rückweg habe ich euch erspart, weil, das habt ihr ja schön gesehen. Und jetzt geht es mal ins Shai trinken. Schmeckt hervorragend. Leider haben wir nicht diese klassischen Shai Gläser bekommen, die du sonst überall in der Fluss. Da hinten ist unsere kleine Nessie. So, zurück in der Einsamkeit. Hier bei Nessie. Wir sind endlich raus aus den ganzen Tourimassen. Ist halt die Frage, hat sich der Kenyan richtig gelohnt oder nicht? Also, ich würde sagen, es hat sich schon gelohnt. Nur, ja, es war halt sehr voll, sehr überlaufen. Aber wenn man dann halt weitergegangen ist, dann war eigentlich schon ganz nett. Das stimmt, ja. Und für den Eintrittspreis kann man halt auch nichts sagen. Nee, für einen Euro, das ist gar nichts. Ich meine, wir haben jetzt schon eine eine oder anderen Canyon hinter uns. Und wir hatten auch schon mehrere Canyons komplett für uns alleine. Und sind halt da rumgekraxelt und so. Das war schon schön. Aber klar, wenn man den Canyon nicht so gewohnt ist, dann ist das schon super beeindruckend. Riesige Felswände. Schon echt. Ja, doch. Also, wenn man in der Nähe ist, würde ich machen. Sonst nicht extra hinfahren. Das glaube ich nicht. Ja, so viel ist da. Ja. Sonst haben wir auch echt nur hübsch gemacht. Die Cafés und so. Naja. Wir haben auf jeden Fall einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, Robin, Julia und Nessie und Tour. Tschüss. Ciao. Ich begrüße euch nur nach dort. Ich räume es für unsere Videos in ihm. Wir soupen nicht mehr. Es planten beim Job, sie gerne für uns nur nach der Idee sind. Montage ? voter ¿ мод? Sch 39 declining über? Er בר offspring will man im Dialog überlegen.